jo leute was geht ab und willkommen zum beispiel mein clash mit dem raffo ja und heute laufen wir alles natürlich wieder zurück ganz chillig und mani kommt es kann auch auf dem server da hinten ist er ja nein nicht schießen ich mach mal meine grafik anscheinend sind wieder irgendwie unten ballern wir sie schnell hoch ich schau mal alter sind wir weit weg ich weiß deswegen weiß nicht soll die fliegen warte mal ich glaube ich weiß leider und hier wurde ja das ganze eis naja gestern waren wir auch schon wenig hobby los einfach mal irgendwie tausend meter von zu hause weg rennen wir haben uns entschlossen in dieser folge nicht weiter zu gehen sondern das dann schon hier nicht zu machen so oder kommt viel wasser wir sind gleich zu hause und dann machen wir irgendwas kleines noch heute wird es nur eine 15 minuten folge ja weil raffo muss gleich wieder weg ja immer muss ich weg und deswegen speed fly ich hätte gerne noch ein paar verzauberungen auf meinen magic bain zu machen magic bain ja ich mach noch ein paar verzauberungen auf mein magic bain ich werde jetzt in dieser folge wahrscheinlich meine tiefrüstung reparieren meine ist noch relativ ganz meine nicht wegen den ganzen mobs so auch neue electric star fällt mir gerade ein machen wir auch noch schnell wenn ich zu hause bin aber wenn er kaputt geht sind wir leicht am bass electric star ich bin schon zu hause und hier sind alles so weihnachtskisten wie schön wir jetzt ja hier sind alles weihnachtskisten die protection eins zehn herzen abgezockt wieso springe ich von da oben runter bin ich dumm zum glück hat man die scheiß extra herz meine fresse ok bin back at the game ich bin da ich bin da ich bin da nur ohne elektrix darf ich leicht scheiße protection 4 am besten noch drauf unbreaking und soul tether kann ich leider nicht mehr drauf machen naja und heute war es ja auch noch so eine scheiße gerade heute muss ja mein internet abkacken naja solltet ja es gibt noch einen grund warum es nur 15 minuten sind echt ja da wäre mein internet hat es nicht geschafft zu überleben darum müssen wir neuen router kaufen gehen das hat zeit gekostet jetzt müssen wir auf den nächsten drücken noch aufnehmen ne jo ganz gut leck mich alter wie komme ich jetzt darüber nur noch so tether muss ich überall drauf machen ich hätte meine elektrische darf nicht kaputt machen alter ich gerade so ja kann man ihnen wasserspringen und dann eis unter mir war fast verreckt ne wir nehmen schon vier minuten auf ja und ich bin immer noch nicht zu hause ja also ich bin gerade am spawn aber ich habe mal einfach mal wieder so mal schauen ob ich noch ein paar tolle sachen bekommen zack 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 ich bin back at the game junge jubi kommt mal autorepair drauf noch kein ango glaubt mit schleim irgendwie aber dann musst du so das geht nicht mit der spitzhacke Mit der Firepick geht das nicht. Nicht? Nee, die ich glaube aus dem Twilight Forest irgendwie, keine Ahnung. Warte mal, äh, Twilight. Ja, ist Twilight. Hä, das sind ja alles Geschenke. Ja. Ja, Weihnachten, hier sind alles schön Geschenke. Meine Rüstung ist jetzt komplett repariert und ich würde auch sagen, in der nächsten Folge machen wir ein Twilight Forest Portal. Mh, können wir machen. Aber ob wir auch schon reingehen, weiß ich nicht. M, können wir es schnell flippen. Warte, mach noch kurz. Looting, looting, looting. Da, fuck, alter, was ist viel Level. Ähm, schlafen können wir, jo. Leck mich. Ich kann nicht schlafen, weil Mobs in der Nähe sind. Nimm das Bett halt mit. So, so, so. Schön, schnell und spät haben wir nochmal. Okay, können wir schlafen. Ja, ich sleep schon. Ja, auch. Obwohl, können wir gleich hier liegen lassen. Ja, wir haben eins gut, überall liegen Better rum. Ja, Arena, überall. Ähm. Ja, Leute, es leckt bei mir gerade zwar ein ganz, ganz klein wenig, aber, ähm, das liegt daran, dass ich hochlade. Bei mir leckt es aber auch gerade, gell? Das muss, ja, bei mir muss hochladen ja sein. Ähm. Weg, 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 weg. Was für Scheiße wir haben. Ah ja, gell, haben die Meteor-Schilder, sind noch nicht aktiviert. Wie aktiviert man den Crab? Ich glaub, mit Fraserite oder irgendwas. Ach, scheiß die Wand dann. Also, das heißt, wir müssen auf, ähm, so eine Meteor-Schilder suchen. Okay. Einer von euch Missgeburten da drin wirft mich die ganze Zeit in die Luft. Wer war das? So, ihr scheiß Schokobus. Ich will eigentlich mal ein Goldenes haben. Alter. Komm. Schnell nachpflanzen und dann geht die Geschichte wieder. So. Meine Rüstung müsste halt noch besser aufpeppen, aber das geht ja noch. So. Alter, wie viel XP, ne? Du wirst nix. Du wirst auch nix. Du bist so einer gewesen, dann musst du mit so einem Alter. Kann es sein, dass du zu wenig hast? Alter. XP-Rausch. Ohne Witz, ne? Wir haben voll wenig Weiber. Ich weiß. Halt die Fresse. Und nie wollen die Spasten. Hast du zufälligerweise noch ein Miniaturenherz? Nee, denn das ist selber benutzen. Nein. Ich will es ja nicht benutzen. Ich will es nur ähm, da reinlegen in die Mobfarm, zum, das alles aufsammelt an Miniaturenherzen immer. Ah, da haben wir dich doch. Ah, da haben wir dich doch. Du wirst dich nicht haben. Ich hab leider auch keins mehr. Ja, komm, ein Bigswort, Alter. Gib's her. Und da ist die Missgeburt, wo unsere Sachen immer wegnimmt. Zack. Deisha, Marsch. Bigswort. Wir nehmen jetzt schon 10 Minuten Aufgaben. Ja, also. Ich nehme immer das Ingridcast auch noch gleich mit. Ähm. Was hast du mit... Was? Dein Ernst zieht da eine Eisrüstung aus. Warum? Was ist schon? Ja, da wird's Eis. Kapierst du nicht. Frasorite. Ja, lass mich. So, machen wir an. Du sollst eine Frasorite-Zeug ausziehen. Ich hab ja nur noch Schuhe und Brustpanzer an. Ja, das macht aber trotzdem Frasorite. Ich bin scheißegal. Ist doch egal, man. Nee, ist es nicht. Warum? Ey, meine Morse. Das Wasser wird zu Eis in der Mobfarm. Ja, geh ja da nicht ran. Ja, ist aber hier grad vorher alles Eis gewesen. Ja, weil ich rangegangen bin. Ich hab's vergessen, dass ich eine hab. Kein Ernst? Ja, ich hab nichts besseres. Paschul-Level? Ja. Ich schau mal schnell nach, was wie viel der Scheiß kostet. Zwölf-Level. Der Spaß kostet zwölf-Level. Zack. Zack. So, der Helm ist komplett fertig wieder bei mir. Junge. Hm? Aua. Auf-Level. Aua. Es kostet alles zwölf-Level. Okay, dann brauchen wir 24 Level. Aber... Nee, für die Mobfarm eigentlich relativ gut. Ja, ist ja. Das schlechtere. Ab... Bullshit. Hm. Na ja, falls ihr euch interessiert, wie man ein Stack auf einmal rauswirft mit SDRG und Kuh. Ich weiß, euch die ganze Zeit frei. Nee, ich möchte das. Ich brauch da nur am Ball-Level. Okay. Dann hab ich wieder. Sol-Tesa drauf. Ach, du Scheiße. Ich brauch nur zwölf-Level. Ja, soll man sagen. Da kommt genug raus. 13-Effel-Level. Gut. Jetzt sollte es auch noch drauf. Meine komplette Rüstung ist komplett rüb-härt. Okay, wäre Missgeburt, wirft mich schon wieder in die Luft. Mein Schwert. Mach mal wieder da. Strecksmeteoriten. Kacke, ohne Witz. Hm. Da müssen wir uns noch... Wie viel Aluminium braucht man für... Hm? Alte, wir haben 39 Molten Aluminium drin, ja. Hm. 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 Wir sind schon drauf. Ah. So. Weiß ich halt nicht, was ich alles brauche. Ah, hier sind die Restlärchen gut. Gut. So. Acht. Ich brauche nur noch zwei, denn Harvis. Und jetzt wer wirft mich hier die ganze Zeit in die... Ja, gut. Die Mobfarmisch aus. Schon gedacht. Aber ich hätte es auch sagen, ich habe jetzt das, was ich machen wollte. Na ja, meine kompletten neun Tanks, fast voll. Nur noch die Herzen fehlen. Also, ich hätte es auch sagen, wir bänden die Folge. Also, wenn es die Gefahr hat, lasst die Bewertung da, also haut rein. Bestes Mal und ciao. Also, ich muss noch die XP hier mitnehmen. Ja, ich bin auch gleich die Folge. Nachdem ich die ganzen XP hier habe. Meine XP. Okay. Von meiner Seite war es das auch. Also, bis zum nächsten Mal. Und ciao.